Ja, Freunde und herzlich willkommen zum Conquer's Bad 30 Bombing Run hier mit mir, dem Finn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin gespannt. Ich hoffe, die Aufnahme passt dieses Mal. Ich hab keine Legs und so'n Scheiß. Ah, das wird schon hinhauen irgendwie und wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Kack-Emulator, Dreck. Einer der Schwede. So, wir müssen also quasi diese Bombe hier... Wow, das war knapp. Wir müssen diese Bombe in, ja, in dieses Ei reinwerfen, wo wir den Dino vorhin rausgeholt haben, den wir danach zerplättet haben. Wow, das war auch knapp. Und ich bin gespannt, was danach passiert. Ich weiß nur noch, es geht auf jeden Fall noch ein wenig länger weiter mit Conquer's Bad 30. Das freut mich total so. Jetzt hier die Zunge hoch in den Rachen vom Dino, der auch überhaupt nicht aus Zelda geklaut ist, ne. Aber das sollte ja eigentlich jedem klar sein, der einmal ein N64 gehabt hat. Wer nicht, der sollte sich auf jeden Fall schämen. Wow, das war knapp. Das war knapp. So, dann hier weiter. So, dann erinnern wir uns, hier ist ne Abgrund, da können wir nicht rein. Und hier ist... Oh, das wird knapp, das wird knapp. Da ist noch gegangen. Kommt da vorne nochmal so ein Viech? Ja, da muss ich warten. Das habe ich vorhin schon ausprobiert. Da muss ich warten. Das reicht vom Timing her nicht. Oh, die Bombe, die geht gleich hoch. Ja, hier komme ich durch. Das funktioniert noch. So, und jetzt sind wir auch gleich da. Und bin gespannt, was jetzt hier passiert. Ah, da liegt noch der Tote, den wir seine Mütze abgenommen haben. Die wir immer noch aufhaben. Oh, die Bombe, das wird knapp. Das wird ganz knapp. Nein! Oh, nein. Fuck. Ah, Dreck. Oh, shit. Oh, nee. Ah, okay. Wir müssen uns ein bisschen mehr beeilen. Ei, 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 ei. Okay, probieren wir das nochmal. Probieren wir es einfach nochmal. Und warten vielleicht diesmal doch nicht an gegebener Stelle. So, ihr haut gefälligst ab. Ich frage mich, ob ich hier irgendwo schneller runterkomme. Aber wenn ich hier runterspringe, dann weiß ich ganz genau, dass die Bombe explodieren wird. Wir können also nur da runterspringen, wo es ganz, ganz sacht ist. Oh, du haust ab, Mann. Du haust ab, Mann. So, der Dino, der Honschi. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt um ihn runterspringen können. Ja, hier ging das noch. So, wieder in die Fresse vom Drachen rein. Dieses Mal sollten wir vielleicht ein wenig schneller im Zuge hier sein. Na, geh hoch, Konker, geh hoch. Okay, das geht. So, ab in den Drachen von dem Großen. Schneller, Konker, schneller, schneller, schneller. Und, nein, was war das denn? Oh Gott, wie viel Leben habe ich noch? Dreck. Nur noch eins? Null. Oh, crappy crap. Oh, crappy crap. Das könnte noch problematisch werden. Okay. Es war gerade so knapp. Es war so knapp. Naja, probieren wir das Ganze nochmal. Hier können wir noch nicht runterspringen. Das weiß ich. Wir probieren es jetzt aber trotzdem. Okay. Risiko, Risiko. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt runter. Ja, das hat funktioniert. Das hat uns ein paar Sekunden gebracht. Das funktioniert. So, dann müssen wir nur schauen, dass wir hier schnell hochkommen. Hochkommen, schnell hochkommen. Jawohl. Und... Dann... Dann... Eieieieieiei. Jetzt müssen wir hier seitlich hin, weil sonst trifft uns der Kollege hier. Jawohl, das hat funktioniert. Oh, Mann. Nur Leben. Ob ich das überhaupt so weitermachen kann? Mich weiß es nicht. Oh, der war knapp. Aber der ist noch gegangen. Und der geht auch noch. Das wissen wir ja. Vielleicht wenn wir hier ganz an der Seite laufen, kriegen wir den anderen auch noch mit. Ich probiere es mal ganz an der Seite vorbeizulaufen. Das hat funktioniert. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Eieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Come on, Conker. Go faster. Go faster. Schnell, 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 schnell. Die Bombe explodiert gleich. Ja. Schmeiß sie runter. Schmeiß, geh weg. Und? What the? Oh, nein. What the fuck? Oh, nein. Okay. Das ist eine Situation. Oh, oh. Eieieie. Okay. Ich sehe es schon, wo wir hier hin müssen. Einmal. Und. Hi. Ich bin der Plattform-Experte. Hier. Ich bin der König des Jump'n'Run. Mir kann keiner was vormachen. Großartig. Gehen wir hier mal raus. Mal schauen, was jetzt passiert. Was haben wir denn hier? Oh nein, ich kann mich an die Stelle erinnern. Äh, woher können wir jetzt sein können? Oh, ich... Oh, ich... Oh! Oh! Von hinten. Du Arsch. Oh! Oh, er hat unsere Kohle. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Oh, du Arsch. Oh, das gibt mir auch noch eine Idee. Oh, du Arsch. Hey, das waren übrigens die aus dem Club, ne? Das hört mir gerade auf. Oh, du Arsch. Oh, du Arsch. Oh, du Arsch. Oh, du Arsch. Großartig. So, und ich glaube, ich bin mir nicht so sicher. Das ist eine sehr schwierige Stelle. Gehen wir hier erstmal rein. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Oh, ah, okay. Hier geht es dann gleich los. Deswegen würde ich sagen, ich speichere einmal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde. Jetzt geht es weiter. Ich bin schon ganz gespannt. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Stelle. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh, das ist gut. Nonon, oke haha nein 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 no nein 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 M, soモ klaus, Madame Boe Gottiere, Civic zu können Aber er ist ein bisschen schrecklich. Oh, gut. Keine Ahnung. Ist ein wenig trickier. Ähm. Okay, hier springen wir. Lass mal schnell schauen. Okay. Hier werden wir langsamer, oder? Okay. Hups. Nein, nein, nein. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Okay, hier werden wir langsamer. Wo werden wir schneller? Okay, das heißt wir müssen hier springen. Ja, das hat noch funktioniert. Okay, alles klar. Wow. Okay, hier gibt es auch immer wieder Schokolade, die wir einsammeln können. Und auf die Dino-Schwänze müssen wir ebenfalls aufpassen. Wenn wir die kriegen, dann sieht es schlecht aus. Aber erstmal müssen wir die Kollegen hier einholen. So, da könnten wir hinwenden, wenn das Ding offen ist. Aber das wollen wir ja noch. Oh, das war gar nicht gut. Das war nicht gut. Ich muss nur schauen. Also ich glaube, man kann hier... Nein! Okay. Ich muss mich erst daran gewöhnen. Here we go again. Zum Glück funktioniert das so unproblematisch. Ich glaube, auf der Taste ist schneller werden. Allerdings, ich glaube es eher nicht. Ich glaube, wir haben nur einen Standard Speed hier. Ja, 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 ja. Und jedes Mal, wenn wir ihn irgendwann anstoßen, dann fletzen wir uns. Das ist nicht so übertricklend. Ich glaube, hier springen wir lieber auch mal drüber. Sonst bleiben wir dann noch hängen oder so. Ich weiß es nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich bin ziemlich langsam, meine ich. Ähm. So, da müssen wir... Boah! Was war das denn? So, dann springen wir hier nochmal drüber. Wir brauchen erstmal ein paar Runden, bis wir die eingeholt haben, glaube ich. Ähm. Zumindest so, wie ich mich gerade anstelle. Auf jeden Fall. So. Dinosaur! Dinosaur! Äh, ich... Ah! Ah! Ich fahre... Hm, hm. Habt ihr das gesehen? Rechts geht's lang. Also ich fahre quasi den falschen Weg. Ähm. Das hätte mir ja ruhig auch mal früher jemand sagen können. Das heißt, wir biegen jetzt... Nein! Hahaha! Oh Gott! Oh Mann! Ich bin so schlecht! Äh. Was man hier als Kohle macht, ne? Ah, ja. So. Lass uns mal überlegen. Also, yeah. Und rumgekurvt. Und jetzt, pass auf. Wir können hier gleich... Wenn ich mich nicht wieder... Oh, ich muss... Oh, nee. Hier geht's. Da ist versperrt. Wie ich gesehen. Da war versperrt. Da ging's gerade nicht. Au, 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 au. Au, 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 au. Da ging's gerade nicht weiter. Das checken wir jetzt in der nächsten Runde nochmal aus. Oh! Eieie! Ja, okay. Man kann nur hauen hier. Ähm. Bin ich gespannt. Da müssen wir, glaube ich, nicht langen, wo der da ist, versperrt, ja, da geht es nicht lang. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich fahre jetzt einfach mal. Das ist so heftig. Oh mein Gott. Kann ich auch in die andere Richtung fahren? Nee, ich glaube, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Ich habe eine Richtungsangabe, okay. Weiter wollte ich nochmal ausprobieren. Wie kann man hier schneller fahren? Ich drücke schon jede Taste, aber hier ist... Nein, ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse es immer wieder. So, okay, da können wir hier nur so. Und nee, also das ist... Ich kann nur springen und schlagen. Das wird knapp. Ach Gott, no. Ja, und das sind diese Stellen in diesem Spiel, wo nicht ganz fair, also nicht ganz so knorke sind. Zumindest jetzt nicht, wenn man... Man müsste halt dauernd diesen hässlichen Screen sehen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. So, lass uns mal schauen, wo wir jetzt hier... Eieieiei. Oh mein Gott. Also hier geht es nicht lang. Wir sehen es, da müssen wir aber eigentlich lang. Mal gucken. Ich halte mal die Augen offen, ob es hier noch was anderes gibt. Hier können wir nicht hoch. Da ist die Kohle drin. Und jetzt... Nein, ich hatte schon gedacht, ich schaffe es jetzt diesen Mal. Und springe, schau. Oh. Gut, das haben wir gepackt. Dann hier geht es auch nirgendwo anders mehr lang. Ich muss erst den ersten ein. Und kann ich hier so vorbei? Ja, ich muss hier nicht mehr springen. Perfekt. So, die Tür ist immer noch zu. Dann muss ich doch langsam mal den ersten... Ah, okay, wenn ich nach vorne drücke, geht es schneller. Ah, me is awesome, me is awesome. Check, check. So. Oh, ist das schnell, ist das schnell. Oh, ist das schnell, ist das... Oh, okay, da ist schon der erste. Perfekt. Dann mal hier kurz durch. Hier geht es lang. Und dann müssen wir den ja kloppen. Komm her, Junge. Check. Und check. Yeah. Und ich habe einen Teil meiner Kohle gesammelt. Pum. Und da hinten ist direkt der... Oh, ist direkt der nächste. Den kriege ich auch noch. Nee, es läuft. Der war knapp. So, du gehst auch immer noch hier lang. Ja, die haben die Kohle aufgeteilt, die Jungs. Und... Trap. Nein. Yeah. So, hier geht es direkt weiter durch mit High Speed. Wir gehen aber gar nicht mehr vom Gas runter. Brauchen wir nicht. Bin schließlich nicht vor Speed erprobt. Ja. Oh, der wird knapp, der wird knapp. Oh. Okay, jetzt ist hier verschlossen. Jetzt müssen wir hier lang. Ah, eine Schokolade eingesammelt. Perfekt. Und dann... Komm her, mein Junge. Hey, Junge. Komm her, Mann. Oh, der war knapp, der war knapp. Und wie geht es jetzt lang? Wie geht es... Oh, ich muss... Oh, ich habe... Oh, ich habe gerade vergessen zu springen. Aber mit dem Speed ist das kein Problem. Da kommen wir auch so drüber. Eieieiei. Jetzt komm her, Mann. Ich verfolge dich. Ich muss ihm abschneiden, den Weg ein bisschen. Ich muss ein bisschen closer fahren. Oh, jetzt hat er fast. Jetzt habe ich es fast. Nein! Nein! Okay. Zumindest wissen wir jetzt, wie es geht. Dann geben wir gleich ab Anfang Vollspeed. Oh, Mann. Ja, herzlich willkommen bei Let's Fail. I Conquered by Third Day. Mit mir, dem Finn. Wow. Ja. Frontalaufprall ist jetzt nie so der Hit. Aber... Ja, das ist doch schon der Erste. Diesmal haben wir es auch gleich richtig. Siehst du, der Nebelwerfer 64, der hat da noch ein paar Probleme mit. Jetzt... Komm her, mein Großer. Ich hau dich. Oh, Mann, oh, Mann. Ui, unter dem Fuß durch. Und... Bäm! Nein, da hat es nicht funktioniert. Und... Perfekt. Da ist auch gleich der Nächste. Wow. Awesome. Und der macht auch noch den normalen... Oh, Mann, Mann, nein, 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 nein. Ich vergesse es immer wieder. Ob ich das zusammenschneiden soll? Ich weiß es nicht. Da müsste man so eine lustige Musik unterlegen. Aber... Mh, nee, nee, nee. Ihr wollt mich ja leiden sehen. Überhaupt nicht. Eigentlich wollt ihr Warcraft sehen, aber... Das ist mir egal. Oh, Mann. So. Der Erste ist wieder da. Komm her, Mann. Dann muss man nicht springen. Und... Dann hau ich dich. Ja, da knapp. Hupf. Ja. So. Ja, es zieht. Oh, oder? Oh, fuck. Fuck. Oh, das ist jetzt doof. Und? Yo. Yo. Alter Schwede. Da macht sich meine Need for Speedzeit auf jeden Fall hier erkennbar. Ja, der ist aber da auch voll hängen geblieben. Also, echt mal. Ja. Was ist denn da auch für ein komischer Sport, Mann? In Lava haben wir ja eigentlich noch... Haben wir ja eigentlich noch alles beisammen, die... Die dummen Typen da. Jetzt komm mal her. Bleib mal stehen, Mann. Bleib mal stehen, Mann. So sieht's aus. Who's your daddy? Whoop-a-da-bumf! No! Ach, komm! Habt ihr mitgezählt, wie viele Leben das waren? Ihr könnt doch mal abzählen, wenn ihr sich irgendeiner die Mühe machen will. Wie viele Leben, die ich bis jetzt schon gewastet habe. Mit dem kompletten Let's Play. Das würde mich interessieren. Naja, schon eh keiner, ne? Also, jetzt müssen sich die alten Sinerie geüploaden, ne? Die hätte ich auf meinem alten Kanal schon mal. Vielleicht gibt's ja jemanden, der sich das anschaut. Ich weiß es nicht bis jetzt. Sieht's ja nicht so aus. So, jetzt da. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. So, springen nicht vergessen. Ciao! Und du kommst als nächstes dran, Junge. Wenn ihr nicht mehr ne Kohle wieder habt, kann ja noch nicht sein. Wow! Wow! Knapp, 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 knapp. Und... Trap! Yeah! So, dann bist auch du gleich als nächstes dran. Jetzt geht's, glaub ich, in den... Ah, nein, 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 nein! Puh! Vergessen zu springen! Was? Oh, fuck! Ich könnte auch abspeichern, äh, aber... Eingesammelt. Warum auch nicht? Die auch nicht. Brauch ich nicht. So. Ja, wo ist jetzt der Kollege? Muss ich den jetzt jetzt wieder einholen, oder wie? Oh, da komm ich aber doch gut durch. Jetzt muss ich wieder jumpen. Trap! So. Ich merke auf jeden Fall schon, welcher Let's Player ich schaue. Allein von meinen Aussagen, ja. Wer kennt... Trap! Nicht? So, lass mal... Komm mal her jetzt. Ich hab dich doch gleich, Mann. Jetzt, jetzt, jetzt. Und... Nein! Fuck! Ich muss springen. Mh... Mh... So, Mann. So. Dass wir näher rumfahren als er. Komm her, Mann! Yeah! Nein! Nein! Oh! Oh, um Gottes Willen! So, ich frage mich jetzt, ob noch einer da ist. Ich weiß es nicht. Endlich gesehen... Oh, hoppala. Der war, äh... Epik. Ja, okay. Jetzt ist zumindest der da weg. So, jetzt geht's wieder hier lang. Das heißt, ich müsste eigentlich zur Kohle kommen. Ich glaub, das war's jetzt. Yeah! Und... Oi! Oh, okay. Ich muss springen. Ich hab schon gedacht, ich bremte da jetzt dagegen und verreckt. Ah! Das wär episch. Das wär ultra episch, Mann. Äh... So, hier kommt auch noch ohne Probleme durch. So, dann muss ich hier dann jumpen. Gut. Machen wir das doch mal. Und... Ja! Ja!